Hey, guck mal wie groß meiner ist. Ey, meiner ist viel größer als deiner. Glaube ich nicht, meiner ist größer. Doch, guck, guck, guck hier. Pass auf, ich kann ihn auch auf den Tisch legen und du kannst dahin daneben legen. Warum soll ich den jetzt auf den Tisch packen, das sieht man doch. Willst du ihn selber mal an der Hand nehmen und halten und mal messen? Kannst du, kannst du fühl mal, kannst du mal gucken. Ja, ich weiß nicht, ich möchte jetzt deinen nicht anfassen, guck mal, jetzt sieht man doch, meiner ist größer. Der ist wirklich größer, komm, pass auf, wir legen die jetzt beide auf den Tisch, beziehungsweise ich nehme mal deine Hand, du nimmst meine Hand, dann gucken wir mal, welcher größer ist, okay? Warte, ich sehe hier meinen und dann sehe ich deinen und ich glaube, meiner ist größer. Warte, auf den Tisch packen? Ja, gut, pass auf, ich gebe dir jetzt meine Hand, ich nehme deinen, dann können wir beide mal fühlen. Seiner ist größer. Scheiße. Tag ist ab aus Berlin, willkommen zum Größen- und Längenvergleich, liebe Jungs und auch liebe Mädels. Keine Sorge, wir bleiben jugendfrei, es geht eindeutig um Bricks und Figuren. In meinem Video über das Lotz Märchenhaus von den sieben Zwergen, wo eigentlich nur vier Zwerge drin waren, ich verlinke euch mal das Video hier oben, schaut mal rein, ist sehr cool, also das Set, das Video ist auch cool, ja, natürlich. Aber das Set ist cool, mein erstes Mal mit Lotz und ich war Rest Lotz begeistert. Super, hat wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Sehen wir mal von der Birke zum Schluss ab, ansonsten, muah, die Farbtreue war nicht so gut, aber ansonsten, super Set. Okay, und in diesem Video, was ich vorhin verlinkt habe, was ihr euch unbedingt mal anschauen müsst, habe ich zum Anfang des Videos verkündet, dass ich am Ende dieses Videos, also dieses Lotz Videos, die Bricks von Lotz und die Minifiguren von Lotz und Anelis von Lego miteinander vergleichen werde. Am Ende des Videos habe ich das nicht gemacht und da bedanken wir uns bei dem lieben Schicksalsreiter AK, Aaron AK, den Bücherwurm AK, den König von Golzen, der mich auf seine unnachahmliche Art und Weise darauf hingewiesen hat, dass ich das vergessen habe, aber kein Problem, ich bin ja ein Ehrenmann, hiermit reiß ich auch und ich reiche auch diese Information nach für euch und zwar habe ich hier ein bisschen was aufgebaut und ich werde es euch jetzt hier in einer wilden, wilden, ich hoffe nicht so wilden Kamerafahrt präsentieren, damit jeder, der noch nie Lotzsteine in der Hand hat, ungefähr sieht, wie der Größenvergleich zu Lego ist und auch die Minifiguren sind hier die Mini-Mini-Figuren, also ich habe hier auch mal eine, wie sieht eine normale Minifigur und eine Lego Minifigur, die so als Kind dargestellt werden soll. Es sind alles Legosteine, die Vergleichssteine und ja, es sind keine Alternative Kleinbausteine, sondern Legosteine. Warum? Macht sich einfach besser im Videotitel. Punkt aus. So, Herr Koffers, ich habe damit meiner Informationspflicht genüge getan und ihr seht den Unterschied. Also, ich bin der Meinung, der Unterschied besteht nur in der Größe und der Länge, denn die Qualität, würde ich sagen, sind sie ebenbürtig. Die Lotzsteine sind wirklich, wirklich gut, einfach fassen sich gut an, sehen gut aus, schmecken gut und auch die Klemmkraft ist einfach super. Ja, wie gesagt, bis auf diese depperte Birke, die aber auch ihrer komischen Bautechnik geschuldet ist, 1A Picobello. Ich schaue mal darüber, mein Märchenhaus steht da immer noch. Ich habe bei Your World of Building Blocks noch zwei weiteren Beobachtungen und ein Auto will ich mir mal holen. Also, ich bin, also Lotz werde ich auf jeden Fall hier noch auf dem Bautisch haben. Ja, auch die Minifiguren von Lotz werde ich hier auf dem Tisch haben. Die gibt es ja in Deutschland wohl gar nicht so einfach, wie ich mal gehört habe, gibt es da wohl, führen die Händler sich wohl nicht ein, weil sie dann wohl eventuell Probleme bekommen könnten mit Lego, wobei Blue Bricks in den Lotz-Z-Lauf und Minifiguren hat. Jetzt könnte man sich fragen, sind die einfach mutig oder haben die einen Deal oder vielleicht will sich Lego nicht mehr mit Blue Bricks anlegen oder ich weiß es nicht, vielleicht hat doch Klaus für uns gekämpft. Ich danke dir. Ansonsten war es das, das kurze Infovideo. Ja, mehr gibt es jetzt nicht. Zwischendurch eingeschoben. Und so muss ich leider sagen, Lego hat den größten Baustein. Bis dann. Bis dann.